Ich meine, dieses Fünfmal-Warum-Fragen ist, glaube ich, wirklich der schönste Rahmen dafür, weil das genau in die Richtung dann geht, in die man sich entwickeln möchte, sozusagen. Weil das führt ja dann auch zu einer Reflexion. Also es führt ja eben zu einem neuen Schritte überdenken und das dahinterliegende nochmal analysieren. Und dann komme ich ja genauso in eine gute Schleife hinein, dass ich vielleicht auch dann zukünftig ein besseres Auge für diese kleineren Issues habe. Und das andere, also vielleicht ist eben diese zwei W-Wörter, finde ich eigentlich sehr gut mit dem Warum und was du gesagt hast mit den Wiederholungen. Das ist quasi so ein kleiner Indikator, dass man den Prozess zumindest mal analysieren kann. Weil ich finde, das ist sehr einfach und schön, selbst zu überprüfen. Was sind die Dinge tatsächlich, die man ständig wiederholt? Und wenn man die mal gefunden hat, dann kann man diese Warum-Fragen stellen und dann, glaube ich, öffnet sich eine ganz neue Welt, weil du dann einfach auch die Prozesse ganz anders wahrnimmst und reflektieren kannst. Wenn du dann merkst, okay, stimmt, da gibt es etwas, das mache ich wirklich jeden Tag zweimal. Und dann ist so, okay, das mache ich jeden Tag, weiß nicht, einmal in der Früh und einmal, weiß nicht, genau vor der Mittagspause. Und dann ist ja, aber wieso eigentlich genau die Zeiten? Ah, okay, liegt vielleicht an der und der Struktur. Ja, okay, aber ist das quasi zu dem Zeitpunkt notwendig? Stört das quasi in anderen Prozessen? Wie kann ich das eben vereinfachen so, dass ich das nur einmal am Tag machen muss oder vielleicht dann nur einmal die Woche? Also das sind, finde ich, ganz, ganz interessante Punkte, auf die man dann stoßen kann, dass man diese zwei Indikatoren halt nimmt oder halt diesen einen Indikator mit Wiederholungen und dann aber sofort beginnt, diese Warum-Fragen zu stellen, wieso diese Wiederholungen überhaupt auftauchen. Das finde ich eigentlich einen super Punkt. Gut.